Die Erbschaft, eine vorweihnachtliche Geschichte von Rena May. Tante Amalia, meiner Erbtante, war gestorben. Tante Ausgerechnet in der vorweihnachtlichen Zeit, wo jeder im Stress ist. Ich zeigte meiner Frau das Schreiben eines Rechtsanwalts. Am Samstagvormittag um 11 Uhr hatten wir uns zur Testamentseröffnung in der Kanzlei zu melden. Sehr traurig waren wir nicht, denn wir hatten sie kaum gekannt, weil sie weit entfernt wohnte. Nur an Weihnachten hatten wir ihr eine Karte mit den üblichen Weihnachtsgrüßen geschickt. Nun hatte sie uns in ihrem Testament bedacht. Wir waren ganz gerührt und aus lauter schlechtem Gewissen kauften wir uns Trauerkleidung. Pünktlich um 11 Uhr betraten wir die Kanzlei. Mehrere ältere Damen saßen bereits auf den Stühlen und sahen uns neugierig an. Ein junger Mann lehnte lässig an der Wand und ein älterer Herr mit Schnauzbart hatte den einzigen Sessel ergattert. Wir nickten den Anwesenden zu und schlichen zu den beiden freien Stühlen am Fenster. Nun, meine Damen und Herren, da wir ja jetzt alle zusammen sind, können wir mit der Testamentseröffnung der verstorbenen Amalie Huber beginnen. Der Rechtsanwalt, ein graues, dünnes Männchen, räusperte sich. Der liebe Neffe Peter, der sich das letzte Jahr so rührend um mich gekümmert hat, bekommt das Haus. Zufrieden lächelte der junge Mann. Alle Bilder im Haus durfte der ältere Herr mitnehmen. Das Silberbesteck und die Tischdecken sollten sich die Damen des Bridge-Clubs teilen. Sie tupften sich die Tränen aus den Augen. Die antike Anrichte und der echte Teppich aus dem Wohnzimmer erhielt ihre beste Freundin Betty. Meinem Neffen Bernhard vermache ich den Rest meiner Möbel und das Liebste, was ich auf der Welt habe, meinen Hund. Mein Neffe lebt auf dem Land und er hat meinen Liebling Auslauf. Das Geld für drei Jahre Verpflegung habe ich bei der hiesigen Bank hinterlegt, da ich verhindern möchte, dass er in ein Tierheim abgeschoben wird. Meine Frau und ich sahen uns an. Naja, einen Hund wollten wir uns eigentlich immer kaufen. Nehmen Sie die Erbschaft an, fragte der Rechtsanwalt. Wir standen alle auf und bejahten. Ein paar Tage später hielt der Wagen eines Tierheims vor unserer Haustüre. Wir bringen ihren Hund. Nun sahen wir zum ersten Mal unseren neuen Mitbewohner. Er würde wieder etwas Leben in unser Haus bringen. Es war zu ruhig, seit unser Sohn in der Stadt studierte. Meine Frau wünschte sich von ganzem Herzen einen Pudel. Alte Damen haben immer einen Pudel, meinte sie. Ich hätte lieber einen kleinen frechen Terrier gehabt, aber meist hatte meine Frau recht. Der Fahrer öffnete die Hintertür des Wagens. Los, Bernhard, beweg dich. Ich zuckte zusammen, als ich meinen Namen hörte, und erschrak noch mehr, als ich Bernhard sah. Bernhard war ein Bernhardiner. Wie konnte eine so alte Dame einen so großen Hund haben? Ich schluckte. Und als ich meine Frau aufschreien hörte, schluckte ich noch einmal. Bernhard, rief meine Frau entsetzt. Ich drehte mich zu ihr um. Der Hund stutzte, lief auf sie zu, stellte sich auf die Hinterbeine, legte die Pfoten auf ihre Schultern und warf sie um. Der Fahrer des Wagens lachte. Keine Angst, sagte er beschwichtigend. Er wollte sie nur lieb begrüßen. Ihre Frau ist halt zu zart. Sie hätten mal die Vorbesitzerin sehen sollen, die Amalie Huber. Das war ein kräftiges Frauenzimmer, ein richtiger Drachen. Ich war zu meiner Frau geeilt, und während ich sie ins Haus geleitete, schluchzte sie leise. Wie kann Tante Amalie uns so ein Ungetüm vererben? Was haben wir ihr denn getan? Bernhard trottete hinterher, und als ich wütend Platz rief, legte er sich gehorsam auf den Abtreter im Flur. Mittlerweile verstehe ich mich mit Bernhard sehr gut. Ich gehe jeden Tag mit ihm spazieren. Er ist ein lieber und folgsamer Hund, so richtig zum Knuddeln. Nur meine Frau hat sich immer noch nicht mit ihm angefreundet. Es wurde sehr kalt, und über Nacht hatte es geschneit. Wir hatten es uns gewünscht, weiße Weihnacht. Der Schnee lag zentimeterdick. Es war ein klarer Tag, und ich beschloss mit Bernhard, einen kleinen Waldspaziergang zu machen. Ich schnallte meine Langlaufskier an und spurte. Bernhard lief hinter mir her, überholte mich oder umsprang mich bellend. Der Schnee war arg verharscht. Es kostete mich Mühe, auf dem Waldweg voranzukommen. Aber die Sonne schien, der Schnee glitzerte, und das machte alles wieder gut. Nach einer Stunde schlug ich einen Querweg ein, der schräg nach unten auf meine alte Spur zurückführte. Die Skier gewannen an Schnelligkeit. Ich konnte mich kaum in der Spur halten, geschweige denn bremsen. Die Sonne stand sträg und behinderte meine Sicht. Bernhard war hinter der nächsten Biegung verschwunden. Da ein dunkler Schatten, ein Schlag auf dem Kopf, schon als ich mit dem Gesicht den nassen Schnee berührte, kam ich wieder zu mir. Verdammt, ich fluchte. Ein Ast war unter der Schneelast abgebrochen und nach unten gekippt. Vorsichtig stützte ich mich auf den Stöcken ab, um aufzustehen. Aber ein reißender Schmerz durchzuckte mich mein Knöchel. Ich konnte den linken Fuß nicht bewegen. Ich versuchte es noch einmal. Ich konnte nicht auftreten. Mir wurde schlecht vor Schmerzen. Bernhard kam zurück. Er wollte sehen, wo ich blieb. Er jaulte und leckte mir die Hände. Aber das konnte mir auch nicht helfen. Lauf, sagte ich verzweifelt. Lauf nach Hause und hole Frauchen. Er hob den Kopf, sah mich mit seinen klugen Augen an. Lauf zu Frauchen, rief ich noch einmal, als er zögerte. Dann lief er meine Spur zurück. Ich knöpfte den Anorak bis unters Kinn zu, aber die Kälte kroch in mich hinein. Meine Füße merkte ich kaum noch und bald gar nicht mehr. Ich rief laut um Hilfe, falls doch ein Mensch in der Nähe war. Es verging eine Viertelstunde, eine halbe Stunde. Die Zähne klapperten. Da konnte es möglich sein. Ich hörte Stimmen. Der Schnee knirschte. Ich rief schwach zu Hilfe hierher. Wir kommen, rief eine Männerstimme. Sie klang mir wie Weihnachtsgeläute. Dann sah ich Bernhard. Er preschte vor, umkreiste mich, winselte und bellte zugleich. Ich nahm seinen dicken, wolligen Kopf in meine Arme und weinte Tränen der Erleichterung. Zwei Männer in Langlaufkluft kamen hinter ihm her. Sie schnallten ihre Skier ab und kamen auf mich zu, wobei sie knöcheltief in den Schnee einsackten. Haben Sie sich verletzt? Ich deutete nur auf meinen Fuß. Wir helfen Ihnen. Sie öffneten meine Bindung. Stehen Sie auf Ihrem gesunden Bein auf, wir stützen Sie. Ich fühlte mich hochgehoben und biss die Zähne zusammen, als der stechende Schmerz mich erneut durchriss. Vorsichtig brachten Sie mich hinunter auf den Hauptweg. Für Ihren klugen Hund können Sie dankbar sein, sagte einer meiner Retter. Als er uns plötzlich in den Weg lief, blieben wir erschrocken stehen und dachten, jetzt hat unsere letzte Stunde geschlagen. Aber er legte sich uns in den Weg, winselte, lief dann ein paar Schritte vor, winselte erneut, so lange, bis wir merkten, dass er uns etwas zeigen wollte. Seit diesem Vorfall lächelt meine Frau liebevoll, gleichgültig welchen Bernhard sie ruft. Und unter dem Weihnachtsbaum wird für Bernhard ein besonders großer Knochen liegen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017